hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stimmie ja heute beginnt die wie soll man sagen die adventszeit also heute haben wir den ersten dezember und zwar ist das hier der magitex adventskalender letztes jahr gab es den ja auch dieses jahr habe ich mir den auch geholt weil die karten natürlich hier in meiner mappe fehlen machen update habe ich noch keines gemacht kommt noch also keine sorge und ja hier sind ja karten drin wie ihr wisst oder wisst nicht keine ahnung und ja wir öffnen mal türchen nummer eins türchen nummer eins so schauen wir mal so da haben wir matchwinner benjamin power oder benjamin power von stuttgart und hier haben wir starspieler michael gregoritsch von augsburg das waren die ersten zwei karten aus diesem kalender und türchen nummer eins natürlich und morgen kommt türchen nummer zwei wer es entdeckt hat kannst ja man die kommentare schreiben bis morgen und ciao